Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Noch jemand da? Hallo? Ja, ich bin's, die Honeyblum. Man glaubt's gar nicht, dass man meine Stimme mal wieder hört. Nicht wahr? Unfassbar. Ja, man hat mich ja in letzter Zeit nur beim Fischkopf oder beim Kavalierpiraten gehört. Das lag daran, dass es Gründe gab. Und die Gründe waren viel. Ja, das ist unglaublich. Also, wer von euch irgendwie Nachrichten mal geguckt hat? Ich weiß ja nicht. Nachrichten? Kennt ihr? Das sind so, wo Leute so darüber reden, was so in der Welt passiert. Und ich meine, keine Vlogs oder so, sondern Nachrichten. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall gab's hier, stand uns das Wasser bis zum Hals. Ja. Und das war irgendwie jetzt nicht so eine schöne Zeit. Und beruflich hatte ich dann damit auch viel zu tun und überhaupt und sowieso. So, und deswegen ist einfach YouTube viel, viel, viel zu kurz gekommen. Aber ich hab das jetzt als meine Art Sommerpause betrachtet. Jetzt waren ja auch ein paar Tage mal heiße Tage dabei. Juhai! Jetzt ist wieder Scheiße draußen. Ja, Scheiße ist es draußen. Und dann dachte ich mir, wo es eh Scheiße draußen ist, da kann ich mir ja auch mal Zeit für YouTube nehmen. Ich wollte es schon lange machen und es tut mir unendlich leid. Das tut mir so leid. Ich hab's doch nicht so leid. Ja, okay. Genug davon. Ich hoffe, einige von euch sind mir noch treu geblieben, obwohl es halt nichts gab. Ich hab einige Aufnahmen noch im Petto. Es werden jetzt auch wieder einige Aufnahmen kommen. Es gibt ein neues Multimassive Online Game. Also das Game ist nicht neu. Es ist eher sehr alt. Aber ich hab mich jetzt grad irgendwie mal wieder darin verliebt. Und vielleicht werde ich da auch mal ein paar Aufnahmen machen, weil das spiele ich derzeit sozusagen off-screen, off-topic. Also ohne Aufnahme, ohne alles. Einfach nur ein bisschen Questen, ein bisschen rumdaddeln. Und ja, das waren so die Informationen für den kommenden Monat Juli. Oder so. Kennt ihr Juli? Sagt man so, damit man Juni und Juli nicht verwechselt. Ja, gut. Ich hab mir überhaupt keinen Plan gemacht, was ich überhaupt erzählen will. Ich hab einfach jetzt, ich dachte mal, ach, guck mal, jetzt ist früh. In der Morgen früh ist es jetzt. Und dann dachte ich, ich hab grad eh nichts zu tun, also kann ich mal ein bisschen quatschen. Und dann hab ich einfach auf Aufnahmen gedrückt. Und dann kommt so eine Schlomze bei raus. Ja, aber ist egal. Hauptsache ich melde mich mal wieder, oder? Jo, genau. Und dann werde ich heute Abend mich mal ein bisschen an die Ränder ansetzen. Und dann kommen morgen durch übermorgen die ersten Folgen wieder. Ist das nicht großartig? Derweil könnt ihr immer noch beim Fischkopp mal reingucken. Der ist nämlich nach wie vor einfach... Ach, einfach der Fischkopp. Bei Kavalierpiraten könnt ihr gerne reingucken. Da bin ich immer noch beim Seelsorgesonntag dabei. Da ist niemand dabei, ja. Und... Nee, sonst hab ich eigentlich nicht so ein Projekt da auf dem Start. Ja, ist ja auch. Muss man ja auch nicht. Also ich wünsche euch ein Wunder, 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 schönen Sommeranfang. Genießt die Zeit. Hängt nicht so viel vom Rechner rum. Kommt nur mal an den Rechner, um Honeybloom zu gucken. Und dann könnt ihr auch schon wieder raus in die Natur. Die Freiheit. Das war's von mir. Wir hören uns, meine Lieben. Bis dann. Tschüss. Die Freiheit. Untertitelung des ZDF, 2020